Was geht ab, Leute? Euer Frapses hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um ein komplettes Lama-Set und um ein Spray, den man so erhalten kann. Aber leider nicht für uns. Aber ich dachte mir, da das bei uns nicht möglich ist, berichte ich einfach das Ganze an euch. Das heißt, damit ihr auf dem aktuellsten Stand seid und falls ihr halt sowas seht, damit ihr direkt Bescheid wisst, was da draus in der Wildnis abgeht. Aber ich würde sagen, Leute, heute ist der 30. Elf, der letzte Tag des Gewinnspiels. Falls ihr wirklich noch mitmachen wollt, dann, Leute, ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und Hashtag Fraps 150k kommentieren. Die Gewinner werden in den nächsten Tagen ausgelost und ich denke mal, dass jeder auf jeden Fall mitmachen möchte. Hier an der Stelle würde ich aber sagen, wir haben genug gequatscht, starten wir mit dem Video. Let's go! So, Freunde, kommen wir doch mal jetzt zum eigentlichen Thema. Ich denke, jeder von euch kennt Amerika. In Amerika gibt es geileres Essen. Die Läden haben jeden Tag auf, auch sonntags, also nicht so wie bei uns. Dort gibt es keine Blitzer und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall, was man schon mal sagen kann, ist, dass es jetzt eine Aktion in den USA gibt, wo es wirklich etwas Kostenloses gibt, das wir bekommen können. Und das zeige ich euch natürlich jetzt gleich alles. Doch davor wollte ich sagen, dass ihr natürlich wissen solltet, dass das Ganze eventuell auch irgendwann hier nach Deutschland kommt. Aber natürlich steht das Ganze nicht zu 100% fest. Ich hoffe, dass das Ganze so passiert, weil ich persönlich hätte übertrieben Bock darauf. So, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, Leute, ich zeige euch das Ganze nicht, weil ich euch irgendwie sauer machen will, dass das Ganze nicht funktioniert. Sondern ich möchte einfach, dass ihr auf dem aktuellsten Stand seid und eventuell, wenn ihr mal was bei anderen amerikanischen Streamern sieht oder YouTubern. Und damit ihr euch einfach nicht fragt, hey, was ist denn das, Fraps, Alter? Warum hat er sowas, was ich nicht habe? Deswegen möchte ich euch einfach die Möglichkeit bieten, das Ganze einfach aufzunehmen. Ihr könnt auch theoretisch gesehen diese ganzen Sachen aus den USA kaufen. Die verkaufen das oftmals bei Ebay, aber das kostet dann immer recht viel. Naja, das ist nicht das Thema. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt damit an. Und zwar, Leute, gibt es in den USA einen Walmart. Walmart ist ein Einkaufszentrum, wo man hingehen kann und einkaufen kann. Oftmals sind diese Läden sehr groß gestalten. Das ist wie beispielsweise bei uns so ein riesengroßes Einkaufszentrum, wo man wirklich alles bekommt. Von Nahrung bis hin zu Elektronik. Alles. Vertraut mir, da gibt es alles, Leute. Ist wie so ein Großhandel, falls ihr das schon mal wart. Und das Ding ist auf jeden Fall, dass es dort jetzt kostenlose Sprays geben wird für Fortnite. Und das Ganze wird dann so sein, dass wir hingehen können. Und das, also wir können natürlich nicht hingehen. Also die Leute, die da sind, gehen da hin und sagen, hey, kriege ich bitte den Fortnite-Code kostenlos? Dann sagen die, hey, klar, natürlich. Und dann drücken die dir einen Zettel in die Hand. Sobald du den Zettel hast, Leute, dann hast du einfach diesen Spray, der super, super selten ist. Um welchen Spray handelt es sich denn? Und zwar habe ich darüber bereits ein Video gemacht gehabt. Und viele haben sich gewundert, warum sie diesen Spray haben. Und zwar geht es hier um diesen Spray. Dieser Spray ist der Boogie Spray, Leute, aber in der Version 2. Es gab mal vorübergehend einen Bug, da war der Boogie Spray auch bei uns in dem Inventar. Doch das Ganze wurde leider rausgenommen. Jetzt mittlerweile ist es so, dass wir beim Boogie Spray nur so eine ganz normale billige Schrift haben. Und diese Kugel hier im Hintergrund, die bekommen wir dann dementsprechend nicht. Wie funktioniert das Ganze? Also, ihr müsst auf jeden Fall in einen Walmart gehen und müsst dort am besten einen Mitarbeiter fragen an einem Fortnite-Stand. Denn, Leute, es gibt in jedem Walmart einen Fortnite-Stand, wo man Fortnite-Merch holen kann oder Fortnite-Figuren oder so einen Fortnite-Lama. Da gibt es auch wirklich einen Fortnite-Lama, dazu kommen wir auf jeden Fall gleich. Und dann müsst ihr dann einfach den Mitarbeitern sagen, hey, kriege ich bitte den kostenlosen Spray-Code? Und dann sagen die ja. Und das Ganze fängt ab dem 2. Dezember an und das Ganze fängt 14 Uhr mittags an. Das Ding ist natürlich, dass ihr bedenken solltet, dass wir persönlich da jetzt natürlich nicht hingehen können. Wir wissen auch nicht, wie lange die Aktion geht, beziehungsweise wie lange wir da oder die Leute, die dort leben, hingehen können und sagen können, hey, könnte ich bitte den Spray bekommen? Deswegen müssen wir da auf jeden Fall mal reinschauen. Was auf jeden Fall schon mal klar ist, dass jeder da draußen in den USA safe zu so einem Walmart gehen wird, weil das gibt es fast in jeder etwas größeren Stadt. Und dann werden sie sich das Ganze halt snacken. Walmart selber hat bereits darüber einen Trailer hochgeladen, das werde ich euch dann nochmal hier einblenden. Das ist das Gameplay hier dazu und dort seht ihr einfach im Hintergrund, wie bereits der Spray da ist. Und wenn ihr den halt sprayt, dann seht ihr halt so eine riesengroße Boogie-Bomb, die halt eine coole Sonnenbrille hat. Ich persönlich finde das auf jeden Fall mega cool. Ich blende euch aber jetzt mal ganz kurz den Trailer an. So Leute, ihr habt auf jeden Fall jetzt den Trailer gesehen. So, was wir jetzt wissen, ist natürlich, dass wir diesen Spray bekommen können, wenn wir da hingehen und fragen, hey, kriege ich den Spray? Was ich jetzt aber mitbekommen habe, ist, dass man eine einzige Sache kaufen muss, um den Spray zu bekommen. An der Krasse oder an dem Fortnite-Chan kann man dann sagen, hey, kriege ich den Code, ich habe was gekauft. Ihr könnt auch hingehen, Toilettenpapier kaufen für einen Euro oder sonst was. Spielt keine Rolle. Und dann bekommt man diesen Spray. Höchstwahrscheinlich wird es aber dann auch so sein, dass ihr hingehen könnt und den Spray auf Ebay kaufen könnt, da es sehr viele Leute in den USA geben wird, die das Ganze safe verkaufen. So viel steht auf jeden Fall fest. Was ich auch auf jeden Fall sagen sollte, ist, Leute, dass dort oftmals in den USA etwas viel krasseres verkauft wird, denn dort gibt es Piñatas, die ihr euch kaufen könnt. Die Piñatas habe ich euch jetzt mal hier so abgescreenshottet. Es ist ein Fortnite-Lama, was einfach eine Piñata ist, die wir öffnen können. Das Coole ist, da ist immer zufälliger Loot drin, soweit ich das jetzt verstanden habe und ihr könnt halt unterschiedliche Charakter und Skins bekommen. In dem Beispiel, was ihr jetzt hier mit uns sehen könnt, Leute, ist dort ein Rostmeister-Skin, also er hat etwas Schlechtes daraus gezogen, leider Gottes. Er hat den Rostmeister-Skin mit ein paar Sprays, dann hat er noch ein Rückenaccessoire, mehrere Waffen und so weiter und so fort. Das ist ein offizielles Fortnite-Bundle, also das ist nicht so irgendein Scam-Ding, was man sich auf Ebay kaufen kann oder so, das ist real, also das ist kein Scam oder so. Und ich persönlich muss sagen, dass das auf jeden Fall schon cool ausschaut. Ihr könnt ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ich mir eventuell sowas aus den USA kaufen sollte. Es ist natürlich überteuert, da Importkosten und so weiter dazukommen, aber wenn ihr Bock darauf hättet, würde ich mir sowas kaufen und dann könnte ich auch darüber ein Unboxing machen und dann könnten wir es uns einfach mal zusammen anschauen. Was mega, mega geil ist. Also ich persönlich muss sagen, dass es schon echt cool ausschaut, also Real Talk, ne? Und soweit ich weiß, sind auch dort drin so ein paar, ja, komische Sachen, die habt ihr gesehen. Vorhin da war, wie heißt der Rostmeister mit Rückenaccessoire, da war dann halt eine Wand, die gebaut worden ist, mit einem Spray drauf und so weiter und so fort. Mega cool, wir werden uns das Ganze noch im Laufe des Tages anschauen, beziehungsweise, falls etwas Neues kommen sollte, werde ich euch natürlich darüber berichten. Und ich werde euch sagen, ob wir eventuell die Möglichkeit bekommen, kostenlos an diesen Spray dran zu kommen. Falls ja, werde ich mich sofort melden, Leute. Also, chillt eure Eier, lehnt euch zurück, ich werde mich bei euch melden. Jetzt würde ich aber sagen, das soll es mit dem Video gewesen sein. Lasst mir gerne mal einen Daumen da, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich wäre da mal raus, Leute, haut rein, geht über die Flow, euer Frips. Ciao.